Die Stadt war 51, das ist Gerda-Helmos mit Zahn. Das war eine Ramagee. Das ist ein Schiff, das er sich an der Leck hat. Wenn er die Hüfte nicht in der Meckart springt, dann knallt die sowieso. Das sieht sehr gut aus. Grüggie? Grüggie. Komm, komm, komm. Mach zu mir. Das war ja, wie ich mir mal in einem Zahn tun, ne? Aber in Schwede, aber... Sch... Sch... Schiff, schiff. Sie sind fertig, wir haben jetzt vergessen. Ich habe hier vergessen, wir haben uns klar. Deswegen, leider, ich habe, des... Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig.